So meine Damen und Herren, das letzte Championat heute für die Nationale C-Show. Auf Wiedersehen, sagen müssen wir und bedanken uns gleichzeitig bei der Katalog Nummer 39, Pellengs Psyche, von Pelleng aus der Tia Sandria gezogen bei Medical Maribans im Besitz von Cindy Degenhardt in Heppenheim. Herzlichen Glückwunsch! Wir kommen zur Bronzemedaille. Die Bronzemedaille gewinnt die Katalog Nummer 40. Bronzemedaille gewinnt die Katalog Nummer 40. Meanagi, eine Ebony-Raijuni-Tochter aus der Maribiani. Natürlich ein Sohn, getogen von Heike Brettermann im Besitz von Katrin Koch in Mandelbachtal. Herzlichen Glückwunsch! Der Pelleng-Sohn, Pellengs Psyche. Die Silbermedaille geht an die Katalog Nummer 37, Maffuz Alim. Der Al-Adiv Al-Shakab-Sohn aus der Bind-Mufisa, gezogen von Michael Pona, dem Besitz von Al-Theodos Arabiens in Göttingen. Herzlichen Glückwunsch! Und bevor wir nun unsere Goldmedaille vergeben und verteilen, darf ich unserem Richter-Them den ganzen Tag heute einmal Nico Jung, der gerade die Preise überreicht, und Rauf Abbas bitte in den Ring bitten und wir wollen Ihnen Dankeschön sagen für das Richten am heutigen Tag dieser Elften Arabica, dieses nationalen Championates der nationalen Seeschau. So, und die Goldmedaille geht an die Katalog Nummer 36, Authentic Mahab, der Al-Lahab-Sohn aus der Authentic Monisa, gezogen von Rosemarie Kreuzstein, in Besitz von Inchallah Arabiens, hier in Deutschland, herzlichen Glückwunsch! Inchallah Arabiens geht mit dem Hengst Katalog Nummer 36, Authentic Mahab, ein Sohn des Allerhab aus der Authentic Monisa, gezogen von Rosemarie Kreuzstein, Nico, hol mal deinen Partner raus! Rauch! So, hier kommen unsere Richter, den wollen wir ein Dankes sagen für den heutigen Tag. Wir sehen den Rauf Abbas noch später, aber Nico Jung, herzlichen Dank, und Rauf Abbas für das Richten am heutigen Tag, und ein Buch wird überreicht von Markus Metzler mit seiner Ehefrau Diana oder Diana, Veranstalter, zum elften Mal dieser Arabica hier in Frankfurt. Herzlichen Dank diesem Team, wunderbar, so, wir laden ein zur abschließenden Sieger- und Ehrenrunde. Simon, auf geht's! und Sebastian Hans mit zwei S.